Hast dein Handy mit? Ich muss was nachgucken, bitte. Mit dem, was sie jetzt hier noch hoch haben. Was? Soll ich reinschreiben, was haben wir heute für einen Hoch? Wie heißt das jetzige Hoch? Bitte reinschreiben. Wie heißt das jetzige Hoch? Hier oben schießt. Hier oben. Erste. Das ist nicht das. Wie ist das bei der Umwelt der Warnzentrale nicht? Wo die Umwelt der Warnzentrale drauf steht? Hast du es gefunden? Nein. Das geht mir ja. Gewittergefahr? Ja. Das war von jetzt vor elf Stunden in Gewittergefahr. Ja. Da. 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 da da kommt hoch hochselat kommt es war jetzt schon der hochselat das habe ich, danke ab jetzt kommt hochselat ein griechischer name ist das hoffentlich ich glaube wir hätten ohne Jacke gehen müssen es ist warm draußen ja ich nicht mehr ich bin schon in der Kälte wie viel grad haben wir jetzt draußen fühlt sich an wie 20 hochselat kommt jetzt 11 grad C4 es war nicht bei 13 grad das ist aber falsch wir haben doch keine 13 grad der wind ist ja kühl ja aber es ist gefühlte 20 grad oder 15 grad kann man sagen ja das ist ja die die kühlte Vielen Dank. Wir sollten erst am Mittwoch kommen, weil der ist jetzt schon da, das neue Hochsoldat. Vielen Dank. Deine Haare werden schwarz. Schon wieder. Ja. Ja. Die sind nicht schlimm. Steht hier auch die Farbe schwarz. Die brauchen dringend, ganz dringend, wirklich dringend neue Handys. Deswegen würde ich mein Geld sparen für neue Handys. Neues Handy meine ich. Guck mal, das fängt gleich wieder abzustürzen. Hm. Ja. 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 zurück ein komisches kennzeichen ist mir nicht geholen ja es dann kommen die her kommen aus estland ein